Die Vertreter der Bürgerinitiativen gehen mit einer hohen fachlichen Kompetenz an diese Arbeit heran. Könnt ihr das nicht dadurch ändern, dass ihr entweder diese Gleissturmleitungen unter die Erde legt, unterirdisch macht, oder dass ihr sie auf eine vorhandene Leitung sozusagen aufdoppelt? Ich habe mir die entsprechenden Stellen angeschaut, zum Teil jeden einzelnen Mast.